Nächste Woche, ein klockert an der Tür, mach ich die Tür auf, bin gerade in der Koche hingekommen, dann Kaffee getrunken. Er sagt, der Maier kommt von Zürich und er wäre Staubsauger vertreten. Er sagt, ist mir scheisse egal, von wo das er kommt oder wie er heisst. Und Staubsauger brauche ich keine, ich habe eine Frau daheim. Er hat sie dann nicht abwimmeln lassen. Er ist dann reinkommen, hat seine 200 Teile hier ausgestellt, hier auf dem Kochenboden. Dann sagt er zu mir, jetzt muss ich noch ein bisschen in den Stall raus. Ein Köbelmeschki holen, ein Köbelbeschötchen. Ich denke, für was braucht der Beschötchen? Dann bin ich dann raus, in den Stall raus, wo ich wieder zur Koche in die Tür reinkomme, röpfe der Maier den ganzen Köbel zur Hand aus und lähe die ganze Hure Beschötchen über den Kochenboden aus. Dann sagt er, hey, dann zack, bist du jetzt ein Sauhomb? Lass mich mit, denke ich, wieder fressen. Dann sagt er, ich muss mich jetzt nicht alles aufregen. Den Staubsauger sauge ich jetzt alles auf. Und wenn ich nicht alles aufsauge, würde ich es persönlich noch mit den Zungen aufschlecken. Ich sage, ja, du Hure Dubbel, du kannst gleich anfangen, wir haben nämlich keinen Strom in den Hütten. ... ... ... ...